Musik Wie wir wurden, wer wir waren Die Saga der Waldläufer Autorin und Vorleserin Teres Schneider Kapitel 7 Teil A Von Mäusen, Menschen und Dächern Annulf betrat das Grundstück von Brandolf. Sofort wurde er von fünf Hütehunden verbellt und ebenfalls von den Gänsen lautstark gemeldet. Frauke, das Weib von Brandolf, kam aus dem Haus und schaute, wer da kam. Sie war, wie jede Waldläuferin jetzt um die Mittagszeit, gerade mit dem Kochen des Mittagsmahls beschäftigt. Sie hatte eine Schürze über ihrem Gewand und einen roten Kopf von der Hitze des Kamins im Haus. Sie begrüßte Annulf freudig, gab einen kurzen Befehl an ihre Tiere, die augenblicklich verstummten. Annulf folgte ihr ins Haus. Dieses Haus war von der Einrichtung wie von der Aufteilung genau wie sein Elternhaus. Die Waldläufer hatten über die Jahrhunderte, seit sie sesshaft geworden waren, eine bewährte und praktische Aufteilung ihrer Holzlanghäuser gefunden. Die Häuser waren sich alle gleich. Edmund hatte am Grundriss und Schnitt der Häuser nichts geändert. Er hatte sie nur verbessert und die Anbauten, also die zwei Kammern für die späteren Lehrlinge und Gesellen, bereits integriert. Und Edmund hatte eine schnelle und effektive Lösung gefunden, die Häuser aufzubauen, größere Fenster einzubauen. Frauke fragte als erstes, ob Annulf bei ihr mitessen wollte oder ob er bei seiner Mutter essen würde. Annulf schüttelte mit dem Kopf und kam sofort mit seinen Anliegen zur Sache. Frauke hörte ihm zu, ließ sich aber von ihrer Arbeit nicht abhalten. Sie antwortete ihm, dass Rudi für die harte Arbeit draußen bei den Weidetieren schon zu langsam war. Die Grundstücke der Dorfbewohner, das konnte ein ausgemusterter Schäferhund aber locker hüten. Rudi war ideal für das Grundstück seiner Mutter geeignet. Den Junggockel gab sie gerne für seine Mutter und mit einem Erpel, ja, da würde sie eine Lösung finden. Sie verabredeten, dass Frauke mit ihrem Mann und den Tieren morgen früh nach dem Frühstück vorbeikommen und da alles Weitere besprechen würden. Annulf dankte ihr, verabschiedete sich und rief beim Queren des Grundstückes, Rudi, ein älterer Hütehund, dessen Schnauze schon einen leicht grauen Anflug hatte, kam schwanzwedelnd auf ihn zu. Annulf musterte den Röden, ging in die Hocke und ließ sich beschnuppern und die Hände lecken. Ja, Rudi war ein guter Hund. Eine Sorge weniger. Er streichelte das Tier und sagte frohen Mutes, dann bis morgen früh, Rudi. Jetzt musste er sich aber sputen, um rechtzeitig heimzukommen. Als er an sein eigenes Grundstück von der Brunnenseite herankam, konnte er schon seine Wäsche in der Sonne zum Trocknen hängen sehen. Heilrun war fleißig und arbeitete strukturiert. Das hatte er gestern Abend und heute Morgen längst bemerkt. Bei dem Gedanken an Heilrun wurde ihm ganz warm ums Herz. Beim Betreten des Grundstückes zischte er Herriette, die gerade dabei war, sich aufzumandeln, ein kurzes Still zu. Beleidigt drehte sie ab und scheuchte stattdessen nun ihren Ganter. Annulf zeufzte und schüttelte seinen Kopf. Dieses Vieh aber auch. Er musste grinsen. Hans war mit seiner Gans nun wirklich nicht zu beneiden. Seine Mutter stand am Brunnen mit einem großen Mörser und stampfte eine dunkelbraune Paste zusammen. Als Sohn einer Heilerin war er diesen Anblick gewohnt. Er nickte seiner Mutter kurz zu und fand Heilrun in dem gleichen Zustand im Haus vor wie eben Frauke. Er lächelte sie an und grüßte sie. Sie richtete sich auf, wischte sich mit dem Handrücken ein paar Haarsträhnen aus der Stirn und strahlte ihn an. Annulf gab es einen Stich im Herz. Sie war mit ihren roten Wangen, der leicht aus der Fassung geratenen Frisur und der verrutschten Schürze ein reizvoller, rührender Anblick. Er fragte sie, ob er noch Zeit hätte, auf den Dachboden zu steigen oder ob er stattdessen lieber den Tisch stecken sollte. Heilrun schüttelte den Kopf und sagte, nein, für den Dachboden reicht es nicht mehr aus. Ja, das wäre schön, wenn du den Tisch steckst. Geht es schon draußen? Annulf strahlte. Endlich eine Frau, der es nicht zu viel war, wenn sie draußen essen würden. So wie sich die Häuser im Inneren glichen, so waren die Gärten auch recht ähnlich. Es gab bei jedem Haus auch einen Sitzbereich im Außen mit der Möglichkeit, auch draußen zu kochen und zu grillen. Sobald die Temperaturen erträglich waren und es nicht regnete, hielten sich die Waldläufer im Freien auf. Annulf antwortete, ich schaue es mir an, habt ihr die letzten Tage schon draußen gesessen? Nein, noch nicht, da ist alles noch so wie vor dem Winter hergerichtet. Gut, dann kümmere ich mich. Heilrun nickte ihm bei seinen Worten zu und freute sich insgeheim. Er kümmerte sich, wie schön, dann musste sie nicht die schweren Bänke und Hocker umeinander heben, unter dem Tisch kehren und alle so herrichten, dass die Freiluftsaison eröffnet werden konnte. Danke, Annulf. Annulf, der gerade dabei war, sich mit Besen und einem Hardern auszurüsten, stutzte kurz. Er lauschte ihrem Danke, Annulf, nach. Wie schön sich das anhörte und anfühlte. Er sah noch einmal zu ihr hin. Sie lächelte ihn an, wurde leicht verlegen und senkte ihren Blick, um sich wieder ihrer Arbeit zu widmen. Annulf atmete auf und es war ihm, als würde sich dieser Augenblick in sein Gedächtnis einbrennen. Er erwiderte ein Bitte und ging mit entschlossenen Schritten hinaus, um mit seinen Besen sämtlichen Spinnenweben, Staubflusen, Laubnestern und noch im Halbwinterschlaf befindlichen Getier Herr zu werden. Gwendoline zog die Brauen nach oben, als sie ihren Sohn mit einem Besen und Hardern und einem verzückten Lächeln im Gesicht aus dem Haus schreiten sah. Ihr Herz tat einen Sprung. Ihr gingen so viele Gedanken auf einmal durch den Kopf. Da war ihr Wunsch, Annulf möge endlich eine Gefährtin finden. Dann, dass sie damals als einzige Heilerin im Dorf mit drei Kindern als Mutter, Hausfrau und Eheweib öfters all ihren vielen Aufgaben nicht gerecht geworden war. Das Familienleben hatte oft unter ihrer Berufung als Heilerin gelitten. Ihr Mann hatte vieles aufgefangen. Bei Edmund hatte sie schon bald gezeigt, dass er in die Fußstapfen seines Vaters als Zimmermann treten wollte. Und Edmund war durch den Ehrgeiz und den Willen, der beste Zimmermann zu werden, oft hart und ungeduldig gewesen. Baltron fuhr ihr nach. Auch sie wollte unbedingt Heilerin werden. Das Mädchen hatte eine Begabung, die sie schon ganz früh zeigte. Auch hatte sie ein großes Talent als Seherin. Und Annulf? Der Abstand zu Edmund war zu groß. Er wurde Handlanger und Nothelfer für alles und jeden. Annulf war es immer sehr wichtig gewesen, dass alle zu den Mahlzeiten am Tisch saßen. Sie kochte zum Mittag oft nur einfach irgendwas, nur damit etwas Warmes auf dem Tisch stand. Es war Annulf, der ihr half, den Tisch deckte, sauber machte und einfach die Notwendigkeiten erkannte, wenn er wollte, dass sie dann tatsächlich gemeinsam beim Essen saßen. Dieser Blick zu helfen, die kleinen, feinen Arbeiten zu verrichten, damit Ordnung war, Struktur und Sauberkeit herrschte und Gemeinschaft gelebt werden konnte, all dies hatte sich Annulf zur Aufgabe gemacht. Ganz nebenbei war er ein guter Zimmermann und Handwerker geworden und seine Fähigkeit, die Dinge zu sehen und auch zu tun, bei Stress und Anspannung zu vermitteln, diese Stärke machte ihn so beliebt und unentbehrlich bei Oswin. Er hatte diese Begabung, die ihm wiederum auch große Freiheiten schenkte. Lando hatte, kurz bevor Annulf in die Lehre fortging, bei ihnen als Elternpaar vorgesprochen. Er wollte Annulf, der ja auch ein Auge und ein Gespür für Pferde hatte, als seinen Nachfolger heranziehen. Seine beiden Töchter hatten weder Talent noch Interesse an Pferden. Seine Argumente, dass sie so Glück mit ihren Kindern hatten, einen Zimmermann wie der Vater und eine Heilerin wie die Mutter, da könnte doch wenigstens das letzte Kind etwas anderes lernen. Als sie Lando damals so verzweifelt vor sich sahen, wurde ihnen bewusst, dass Lando recht hatte. Sie hatten großes Glück mit ihren Kindern gehabt und Annulf, der einfach nur mitlief, war derjenige, der viele wichtigen Aufgaben übernommen hatte, die niemand von ihnen so recht sah und deshalb nicht so wertschätzte, wie es sein sollte. Aber Annulf hatte sich längst entschieden. Er wollte Zimmermann werden. Und er wollte raus in die Welt, weg vom Dorf, weg von ihnen als Eltern. Als ihr letztes Kind ging, stürzte sie das als Eltern, als Ehepaar, in eine heftige Sinnkrise. Sie brauchten eine Zeit, bis sie sich als Paar wieder fanden. Erklärung Hordern Das ist ein Putzlappen, ein Putzlumpen, ein Lumpenhäut. Hordern 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 Untertitelung des ZDF, 2020